Hey Leute was geht in den Borgens in der Haus? Jetzt nimm das mal die Kontrolle in die Hand, weil dann ist alles gut. Heute eine kleine Runde, auffielhafte Übertragung. Eigentlich nur einer meiner Linux-Maps. Jo. Dann geht's mal los, ne? Oh, Kartoffel-Aim. Was war das zur Hölle? What the fuck? Die sind oben. Oh, die sind oben. Oh, der shit, Alter. Was? Wo sind die? 4 HP, Alter. Der läuft, Alter. Nee. Oh, sorry. Oh, sorry. Solitäter. Was hat er unten? Kopftreffer-Bonus. Bitch. Schoss. Und die gehen dann halt damit. Oh, was ist mit dir kaputt, Alter? Was? 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 What? Was? 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 Wie ein humanos Oh mein Gott. Ich hoffe, ich bin nicht mehr so knapp. Es geht. What the fuck? Ja, das sieht aus. Und... Was für ein Squalor. Ja, es läuft schon so richtig haarig. Ja gut, Leute. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr einen gibt, einen Daumen nach oben. Ein Täumchen wäre ein Täumchen, ihr wisst Bescheid. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, haut rein!